Ich warte auf mein Essen, mein Essen wartet auf mich Und ich versuche etwas zu schießen zu finden, aber ich finde es nicht Es ist eine ganze Reibe, den ich nerviere Ich bin der Film, wenn ich jetzt noch nicht durch Kommt, Krabbel ist da, ich finde eine Wunderbarkeit Du bist nicht so jung, für dein alter Rebelle zu sein Die Zeit, setz dich doch hoch! Ich will doch nicht die, 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 die dann hochgehen Deine Zeit war mein Fiebel Ich bin Gordelfiebel, ich hab ne schöne Stimme Ich bin der Gordelfiebel Ich bin der Gordelfiebel Ich bin der Gordelfiebel Und ich will doch nicht durch in die Tür Über eine kleine Palette Mit seinen kleinen Supply Und dort ist es natürlich gar nicht durch diese Welt Entschuldigung Es tut mir echt leid Ich wollte das nicht tun, okay? Völkli, ich wollte das nicht Es ist einfach so über mich gekommen gerade Ja Leute, wir kommen bei Magic 6 nicht Ich warte auf mein Essen, also nehme ich was auf Ich muss arbeiten, also nehme ich was auf Ja, all dieser Scheiße, also nehme ich was auf Ganz normal, dass er nehme ich was auf Und überall sind Rebellen, deshalb nehme ich was auf Die will einfach nur alle Wege herumstehen, dass er nehme ich was auf Deshalb nehme ich mich nicht bis auf Dann nehme ich lieber was auf Ja, ja, so kann es gehen meine lieben Freunde Lieber mit den Rebellen scheiße bauen Statt sich zu wissen Da wo kommt ihr jetzt eigentlich noch her? Wo? Geht in Deckung Scheiße Scheiße, was sie so machen Ja, Scheiße Ah! Da steht ja immer noch Oh Mann, jetzt geh doch mal weg hier So, was ist denn das hier für ne Scheiß Was soll der Scheiß hier, hä? Was soll der Scheiß? Sieht ihr, was ihr macht? Sieht ihr, was ihr hier macht? Ne? Boah, ist nicht soo Okay, da ist tot Oh, mach mal kaputt hier den Scheiß Vorsicht! Ihr solltet da nicht stehen Geil, ne? Ich hab's euch gesagt Das ist keine gute Idee Oh fuck Okay Weißt du was? Verpisst dich einfach Tschüssi Tschüssi Koski Würde man der Scheiß einfach mal so sagen Komm her mit der Mine Oh fuck Wer will die Mine haben? Ich seh jemand der die Mine will? Da da drüben Okay Sag das doch einfach Ja, jetzt geht der Krieg hier wieder los Oh wow Oh never stay Wir spielen Call of Duty Call of Duty immer so Boah Krieg ist so dramatisch Und ich da einfach so Gornviel Du blöder Schwasne Ich mach einfach deine scheiße Arbeit Ich verstehe Okay, lassen wir wir durch Okay Her Oh die Musik Hey Ticketicketick Ticketick rig Ticketick 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 Ok, Entschuldigung, so wirzieht聽 diese Musik Ja, lass mich Ich bin auch durch Oh man, Was? Warum? Het euch nicht mal sinnen Ich Frage lieber gar nicht nach Weil es sich da dabei gedacht hat Ich will kein Medikor haben Die mal pisst ihn mit dein scheiß Tor Okay, das machst du sehr gut Ich bin sehr erstaunt für deine Leistung als Turm Oh Gott, hier Miele Auch wieder scheiße Ich muss dich hier reihe nach Hause bringen Okay, wieder Dig, 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 dig Dig, 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 dig Nein, das sind viele Leute, ne Das muss man ja auch irgendwann sagen Ihr seid ganz schön viele da drüben Ihr seid ganz schön viele Combiles Vielleicht nochmal hier Was ist das hier? Ihr könnt ja nicht immer hoch und runter gehen Wie ihr gerade Bock? Okay, jetzt ist Schluss Jetzt ist Schluss hier Ich finde mein Weg Ich finde mein Weg So ein blöden Spaß ist da drüben Ich lasse dich hier doch nicht verarschen Blöden Scheiße Hier, hier, hier Oh, das findet ihr auch gut Okay, alles klar Aber das ist nur noch einer Hi, ich bin Alex Mach immer alleine weiter Blim, blim Genieß Okay, oh, hallo Ja, ich muss hier Sorry, ich muss hier durch Ich muss hier einfach mal durch Ich warte auf mein Essen Ich bin einfach nur hier durch Ich bin einfach nur was zu essen haben Oh, warte mal, jetzt ist die Tür Oh, wo kommt ihr denn her? Ähm, hallo? Oh, hallo Das ist aber eine gute Stelle Um gerade mal vorbeizuschauen Habe ich das mal gerade so gesehen Das stelle ich gerade so fest Tschüssi Jetzt sind wir noch mehr? Nö, meine Rebellenfreunde Rennen immer noch in der Erde Ja, immerhin Eher geht jemand, der hier was macht Ja, mach mal auf den Scheiß Damit hier noch mehr Leute durchkommen können Jo, gute Sache, gute Sache Rennen hier hinten herum Ja, ihr macht das schon Okay, ihr macht das schon Ich hau ab hier Ich hau ab hier Oh, ich mag eh keine Begleitung Oh Ich hab mir schon gedacht Also der Raum war ein bisschen zu eindeutig gewesen Also Das war mir ein bisschen zu unheimlich Ja, aber schön, dass wir hier Zu gemeinsamen Nenner kommen Ich heil mich Und ihr blöden Penner Schaut mir dabei zu Achtet mal auf die Kombines hier Die kommen wieder in die Ecke Ihr wollt nicht, dass das passiert Dass die uns hier schon wieder rumpelt Dankeschön Hier ist nichts, da ist nichts Bestimmt am Anfang Hat bestimmt das Biko hier geknistert Wir sind halt einfach wieder das Biko geknistert So kenne ich das Oh, ein cooler Move Also coole Moose, coole Moose Das ist wie bei Rocket League Coole Moose Immer so auf dem Kopf stehen Da rumwackeln Das kann ich auch nicht so ganz so gut Das ist schon ein ganz schön cooler Move Muss ich schon sagen Bin erstaunt Bin erstaunt Es gibt mir mehr Wichs Genau Ein bisschen Wichs kann nicht schaden Äh Äh Kann man hier runter? Ist hier der richtige Weg? Hallo? Ich lasse mich gleich wieder jemand umrennen Das ist unfair Oh ja Oh ja, genau Typik kommt einfach um die Ecke Ich stehe hier geheim versteckt Hier, macht mal was Macht ihr doch mal was Hier, guck dir mal die Assis an Jetzt schießt ihr doch mal auf die Assis da Genau So, meine Güte, ey Ist doch egal, wenn ihr sterbt Ey, hoffsache ich sterbe nicht Ja, macht jetzt mal Ja, hier, guck mal Gib den schön Medikit Ey, damit die Leute nicht sterben Machst du super Und ich brauch nicht in jeden verkackten Raum Zu viert mit reinkommen Wo ich reingehe Geh mir mal ein bisschen Privatsphäre, ne Äh Das komme ich gleich hier Bei Slime Rancher, ne Bei Slime Rancher Da würde ich gegen die ganzen Schleime Wenn die hier jetzt Schleime wäre Ich stelle mir vor Ich hätte einfach Schleime hier Die, die mit mir herumrennen würden Weil immer so eine Schleime So Ja, hoho Mit dem Maschinengewehr Einfach so Ja, hoho Ha, ha Das ist jetzt ganz wie eine lustige Katze So Hu, hu, hu Schleime Ja, die kleine, süßige Schleime Ja Ja Wo einfach so Gehen halt gegen die Combites Oh, ey Voll verrückt, ey Kann man hier mal so ein Mod machen Wo man mit Slime Rancher Schleim Einfach durch die Gegend rennt? Okay Also da Lieber nicht Ich glaube das ist letztendlich doch keine so eine gute Idee Okay Ja, hoho Wie haben wir hier durch? Hallo? Das ist aber eine ziemlich lustige Abnossiere hier Haben wir hier durch? Aua Der ist ja hinter mir Mann Voll unfair Ach, verpiss dich jetzt Genau Ich gehe zu meinen Kollegen Gab es einen Grund dafür? Achso Ihr habt einfach den niedergewitzt Das ist ein guter Grund Hallo? Also das ist mal ein schön platzierter Zombie Muss ich ja sagen Der war da ganz schick So Ich will hier lang Und zwar gibt es hier bestimmt Zombies Das ist so bestimmter Das ist kein Zombie-Ort Das ist ein Wir haben Kommt bei Wir haben Man-Hacks-Ort Oh Der hat mich aber ganz schön verarscht Hier Mann, Mann Schade Ich habe mich getroffen Hätte ich sie getroffen Dann wäre es gut ausgegangen Aber da ich sie nicht getroffen habe Ist es leider nicht so schön Ich gehe auch nicht so leer Das ist es lohnt sich für die blöden Typen Um noch nicht mal irgendwelche andere Munition zu benutzen Hier Genau Mach mal kaputt hier den ganzen Scheiß Den Scheiß kaputt gemacht Habt ihr gesehen, wie ich den Scheiß kaputt gemacht habe? Geht ganz schön schnell, ne? Der Scheiß hier Ach ja Irgendwo muss ich gleich mal eine kurze Pause machen Weil ich glaube mit meinem Essen Kommt das nicht so ganz hin Schön, dass ihr auch mal wieder vorbeischaut Könnt ihr mal ein bisschen brutaler sein Ihr braucht euch nicht zu dupfen Nur weil diese Scheiße hier kommt Das wird euch auch nicht helfen Ganz im Ernst Das ist nicht die richtige Taktik, meine Freunde Oh, man, ihr seid einfach doof Ihr seid einfach so blöde Jo, ich duckt mich von dem Man-Hack Jetzt sieht er mich sicher nicht mehr Das sind wir ja im Ernst Das sind mir zu viele von euch scheiße Ich habe keinen Bock mehr hier zu sagen Tschüss Komm einfach mehr und mehr Geht einfach sterben Geht einfach sterben Ich brauche das nicht Ganz ehrlich Ich kann auch verzichten Ich brauche mich hier nicht aufschlitzen lassen Ich gehe einfach hier nach oben Und ich denke mir einfach nichts mehr weiter dabei Okay Okay Ja, ihr habt ja die Sache gegessen, ne? Mir ist scheißegal, ob ihr mitkommt Ich gehe hier lang Das ist mir zu blöd hier Also, ich kann es im Ernst Das brauche ich mir nicht Das brauche ich mir nicht geben So was Seid ihr hier durchgekommen? Ja, seid ihr Okay, wow Ihr habt ja ganz klasse hinbekommen Ihr blöden Scheiß hier Wisst ihr? Oh, meine Güte So So, wir haben einfach Die Luft Ja, ich benutze sonst nicht mal die Granaten effizient Also, warum soll ich sie jetzt effizient benutzen? Was willst du denn für ein Typ da? Ich dachte, ihr seid Zombies Ihr seid ja gar keine Zombies Ihr seid ja voll die Nicht-Zombies Hallo Hui Das ist aber spannend gewesen So, was ist hier? Ein kleiner Outpost, oder was? Nö, so Für Leute, die mal nicht sterben wollten Lambda der Hektiv Oh man, 14 vor 45 Wir haben bestimmt nicht ungefähr schon die Hälfte übersehen Äh Doppel Musik schon wieder, warum? Kommt noch mehr Man-Hacks? Ach hört auf jetzt Och schon wieder Dichiridoo 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 Jetzt hört doch mal auf hier Mann Wacht das doch nicht so spannend Mache Oh Das ist nicht gut Was weißt du denn hier? Das läuft einfach so en Strider herum. Ist aber nicht nett. Ja, jetzt hör doch mal mehr Didgeridoo Musik. Das ist nicht witzig. Kann das nicht. Ja, mach doch mal. Ich habe dich gar nicht gehört, dass du hier mit mir am reden warst. Ich hau mal ab, okay? Ich hau einfach mal ab, hier. Ach, okay, verstehe schon. Okay, geht los. Wo sind meine ganzen Freunde eigentlich hin? Sie sind an den Man-Hacks gestorben. Ist das Canon, dass die einfach an den Man-Hacks gestorben sind? Das ist aber ziemlich traurig, muss ich sagen. Das ist echt traurig. So, hallo. Was willst du denn? Hau doch mal ab hier. Komm hier mal mehr von den Scheißhichern. Geht doch nicht. Der eine steht einfach mal roh. Ihr kommt doch über die Ecke. So als wäre es nicht. Das könnt ihr nicht machen. Du leuchtest nicht. So leuchtet das nicht. So, komm einfach mal mehr. Oh, ich hasse es auf Man-Hacks zu schießen. Das sind Kackviecher. Wir kommen immer so angeflogen und sind behindert. So, tschüss jetzt. Immer gut hier? Äh. Es kommt immer mehr. Es ist voll gemein. Nein. Jetzt haut doch mal ab hier. Hast du gehört da drüben? Nein. So, ich habe hier so. Nein, wir schießen. Äh. Mein Essen ist fertig. Ich merke das schon, ey. So. Ja, komm mal hin, ne? Der will auch nicht aufhören zu schießen. Ich krieg den aber auch nicht abgeschossen, doch so. Endlich. Oh. Das war die Exkursion, auf die ich gewartet habe. Danke. Okay, tschüss. Okay, auch als erstes. Natürlich gar kein Problem, ne? Natürlich gar kein Problem, so. Jetzt als erstes hier abzuhauen. Wenn er stirbt, dann ist das halt so. Jetzt kommt bestimmt halt so. Ah. Und dann stirbt er wieder. Oh nein. Ich bin kaum fliegt. Und wir so werden es glauben. Oh. Ätzendes Gebiet. Oh, das geht unter. Das geht unter. Das ist, das ist ja. Oh nein. Zu viel AIDS. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich so hoffentlich sagen. Ähm. Das war natürlich nicht meine Absicht. Ähm. Kipp mal her, den Scheiß. So. Wir müssen uns jetzt, wir müssen uns jetzt hier voran bewegen. Auf eine taktische Art und Weise. Wie ihr es noch nie erlebt habt. Ja, warte, die Säge. Ja. Wui. So. Jetzt muss ich mich hier weiter bewegen mit den Scheißdingern. Ach, Kacke. Komm mal her jetzt. Wir müssen uns hier jetzt fast langsam nach vorne bewegen. Das hat man doch. Im Ernst? Nein. Äh. Jetzt echt nicht. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Können wir so zauern wie aus dem Sumpf. Der gruselige Horrorfilm von 1944. Oh, meine Güte. Es ist ja eh keine gute Zeit, den Film zu drehen, während der Zweite Weltkrieg wütet. So. Machen wir kaputt, den Scheiß. Warte. Hä? Im Ernst? Tschüss. Nein. Will ich nicht. Na. Nein. Okay. Aber wir durch. Ihr seid mir zu viele, wisst ihr. Ich komme hier gerade einfach von überall und denke euch so. Jo. Jetzt machen wir mal ein bisschen Stress. Hinter mir ist, glaube ich, wieder einer. Aber was soll ich. Was soll ich mal machen? Ja. Man kann ja nicht gegen alle Zombies. AAAAAAAA! Leider, ich kämpfe. Okay. Entschuldigung. Es sind so viele geworden. Oh. Ich habe keine Munition für meinen SMG, dass ich das nochmal erleben darf. Der Ding hat doch nicht die Munition. Dachte ich das ganze Let's Play über. Aber ist anscheinend wohl doch nicht so. Schade. Schade drum. Also wirklich schade drum. Hätte ich. Echt kacke und so. Plopp. Sind da noch mehr von euch? Das ist nicht euer fucking Ernst, ne? Also das kann ich euer fucking Ernst sein. Dass ich einfach noch mehr von euch hier rumrenne. Das war ja so klar. Okay. So. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. So, haben wir das jetzt? Ich will mein Essen haben. Ich gucke jetzt nach mein Essen und ihr werdet mich nicht aufhalten. Als ich zu meinem Essen ging, vernahm ich ein leichtes Surren. Ich weiß nicht, woher das kam, aber das war sehr gruselig gewesen. Ähm. So, einmal hier durch. Und dann packen wir das hier einfach weiter auf. Der Diener auf den Haky Lauf auf den Roheren rum downstairs ist어 k bin Dich hier wart hallo nein die ist nichtso 16 witzig in der ok schaut sich das Ehne an ich sage mit hundertprozentiger Garantie mit hundertprozentiger Garantie dass Rüdiger sich nicht dieses Video anguckt. Ich garantiere euch das. Sollte er sich dieses Video ansehen? Also, nein, warte mal. Nee, er sagt ihm Bescheid, dass er das angucken soll. Nee, das ist kacke. Das funktioniert so nicht. Aber nehmen wir mal an, die hätte ihn nicht besche... Okay, mach ich halt. Ja, ja, kein Ding. Ähm, wäre es vielleicht so gewesen, dann hätte ich vielleicht darüber nachdenken können, dass ich irgendwie dann ein behindertes Video gemacht hätte. Aber unter den Umständen, weil ich kenne euch ja, ihr seid ja petzen dann immer. Ja, meine Zuschauer sind doch Rüdiger-Zuschauer. Ich kenne euch ja, ne? Ihr seid so ein typischer Rüdiger-Gucker, ne? Ja, hier, du. Du, du mit deinem Röhrenmonitor, der sich das hier gerade anguckt. Weißt du? Ich kenne dich. Du mit deinem Röhrenmonitor. Du Röhrenmonitor-Gucker, du. Ah! Das passiert nur mit diesem Röhrenmonitor-Gucker. Das ist alles seine Schuld. Er ist so, oh, ich sag Rüdiger-Bescheid, weil Röhrenmonitore... Der ist ja aber direkt auf meiner Fresse gelandet. Das ist super nett. Ja, jetzt komm her. Komm her, du Arsch. Komm her. Ja, los. Komm her. Ja, ja. Los, bloß mehr. Ja, ja, los. Oh Mann, das Spawning ist so gut. Oh ja, das Spawning ist so gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ähm, gibt es hier noch etwas Wichtiges? Ja, doch. Hier sind Schitschild noch. Jetzt geben wir nochmal Schitschild. Sehr gut. Wow. Ja, ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter bei Half-Life 2. Ist das ja. Und ja, ihr fragt euch ja auch, was Half-Life 2-Mods angeht, ob da nochmal irgendwie ein Horror-Mod oder sowas kommt. Oh, wenn sich mal ein guter anbietet, ne? Ich habe jetzt von A Strange Part 2 gehört, das hat mir jemand zugesendet. Ja, muss man mal gucken, was da aussieht. Aber für den Zeitpunkt sage ich erstmal. Bis denn, ich will was essen. Und ja, Strahlung überwunden. Und wir hören jetzt auch wieder auf zu singen, weil das ist nicht gut für euch. Macht schnell den Part aus. Das war gleich Hausmaus, Riff. Hör das auf den Weg.